Gut, dann bin ich ja dabei. Wobei es mit den Notenblättern gar nicht so easy ist. Warte mal, der Strecklan, der war doch ziemlich am Anfang, oder? Meine ich. Ja, ja. Erst noch ein bisschen Liebe. Ja, ja. Ja, habe ich dabei für dich. Kriegen wir jetzt eine Klamotter? Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich dachte, ich kann ihn jetzt anziehen, aber irgendwie kann ich das nicht. Hm, dachte ich kann den Poncho anziehen, aber leider nicht. Kann die Gatze sein. Hatten wir hier irgendwo einen frierenden Roboter? Der, der oben in der Gasse sitzt vielleicht, oder? Also nicht die beiden. Der sitzt zwar am Feuer, aber warte mal, ich probiere das jetzt einfach mal. Nee. Ich hatte nämlich hier irgendwo diesen einzelnen Roboter noch, da hinten. Ich weiß nicht, wie ein Roboter frieren kann, aber die haben ja menschenähnliches Verhalten, so wie wir das gesehen haben. Aber anscheinend auch nicht. Ach, wer ist denn hier bitte Technikfreak? Okay, ich hätte gedacht, dass der vielleicht friert, weil der halt auf der Straße und so, aber... Vielleicht der eher, ja. Der einzige Roboter... Der einzige Roboter... Der einzige Roboter, mit dem ich nichts machen kann. Gut, denn Frieden, ihr Menschen. Mhm. Zwei Hinweise müsste ich noch finden, theoretisch. Okay, der läuft hier aber auch nur im Kreis, ne? Ist doch echt der einzige Roboter, mit dem ich nicht reden kann. Hmm? Hm? Hm? Okay. Kennt der sich vielleicht damit aus? Ich hoffe, du kannst mir helfen. Ich stehe duferbar. Wer vereinbart deine Runde wohl mit Binärcode? Aha. Das heißt, ich muss hier in die Bar, oder? Genau. Oh, er will ihn entspannt haben. Ah. Okay, cool. Ich glaube, ich habe uns einen Freund gemacht. Schön. 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 Jetzt hat der gefriert. Äh, gefriert, ja. Gefroren. Hat gefriert. Äh, so, dann gehen wir mal zur Bar. Ja. Hatte Billy vielleicht ein Date hier? Ne? 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 Ne! Ne, was habe ich denn gerade das Sicht da gemacht? vielleicht kaya vielleicht Ja. Hm. tja mehr wird es aber auch nicht rausgefunden es ist Der ist ja nur für Pflanzen zuständig. Die Frage ist nur, warum führt uns der Kot in die Bar und dann verläuft er sich irgendwie? Hier. Gut, jetzt wollen wir da doch eine Sache finden, dann haben wir das zumindest nicht auch fertig. Okay, noch eine Sache zu finden, noch ein Getränkeautomat und der Binärcode für den Tresor. Hm. Fragen über Fragen. Hm. Hier war ja eigentlich nichts mehr nun, ja. Ob wir da hinten könnten wir noch hin? Hm. Okay. Ich tue meine gut noch. Äh da oben liegt irgendwas. Ist das schon? Oh, ein Schlappplatz. Oh, ein Schlappplatz. Schnell durchgespürt? Oh, ich lass mir Zeit. Aber schön ist es auf jeden Fall, ja. Das ist schon sehr schön gemacht. Können wir denn irgendwie jetzt da hoch? Wie lange hast du gebraucht, bis du mit dem Game durch warst? Okay, im Kühlschrank Bücher, nice. Ja, lass dich schmecken. Okay. Oktober. Ah. Okay, muss also auch noch ein Safe irgendwo sein. Irgendwo... Schauen wir mal, wo sich denn was aufhält hier. Alles klar, Fuchs. War da noch was? Nee. Nee. Ich frage mich gerade, wo hier so ein... Schau. Ich trage mich jetzt noch ein... ...und dann schnau. Ich trage mich auch wieder an, wo ich... ...und dann schnau. Das ist interessant. Und dann schnau. Und dann schnau. Und dann schnau. Du bist halt auf jeden Fall auf jeden Fall. Und dann schnau. Du bist ja auch wieder auf jeden Fall. Sind da genau was? Safe hinter vielen Büchern. Aber ich bin ja jetzt schon bei allen Büchern gewesen. Ich schubs hier schon alles um so. Aber hier oben, da würde ich gerne hin, aber wie komme ich da hin? Oder ist das der Schlafplatz? Ich glaube das ist der Schlafplatz, ne? Ich sehe auch nichts Auffälliges gerade hier. Oder bin ich blind? Da ist der Schlafplatz auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo ich ein Tresor sein soll. Also hier müsste theoretisch irgendwo einer sein, aber ich weiß nicht mehr, wo ich langgucken soll. Hm. Hm. Das war ein bisschen Schlüssel, aber... Oder ist der Tresor vielleicht gar nicht mehr hier und ist das Ding auf der Müllhalde? Eventuell? Wäre auch eine Möglichkeit. Weil hier sehe ich nichts. Hm. 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 Ja. 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 Ja, das muss ich auch gar nicht... Achso, jetzt haben wir den, glaube ich, schon mal gefragt. Hm. Ich würde den halt gerne mal ansprechen können. Kann ich aber nicht, leider. Hm, na gut. Wo war denn unsere Müllheide? Weil dann würde ich jetzt nämlich da mal gucken. Hm. 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 Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020